. Ich hab inhaliert gestern, ich hab ne freie Nase bis zum Nervenzentrum. Ey, ist jetzt Kacke dritten, ne? Egal. Ich muss kurz anlehnen, ich abrücken. Kannst du nicht? BAM! Und Auto fährt immer ich drüber. Und noch eins. Und auch noch U-Bahn. Äh. Moin, moin und hallo, willkommen zu Gain Mo... So, oder was? So, oder was? Okay, machen wir. BAM! Alter! BAM! Sind alle Autos weg und so? Scheiße, was für eine Bahn? Ja, wir sind gleich soweit. Schau mich vor den Weißen lassen, ne, schau dir nicht. Vielleicht so ne Open-Air-Oben-ohne-Partybühne. BAM! BAM! Na, spürst du die schon? Spürst du das schon? Spürst du das schon? Spürst du doch, ne, schatze, ich spür's doch nicht. Okay. Eine Open-Air-Oben-ohne-Partybühne vielleicht? Oder ein Auto, ein weißen Laster? Oh Mann, Assi, ey. Ja, nochmal. Wissen, wer da Babu ist? Wissen, wer da Babu ist? Mach auf, Alter. Das geht nicht mehr. Ich geb die Upper-Cut-Style von unten nach oben, wie der Phönix aus der Asche, wurd' ich bedrohen und belogen. Ich hab die Fünfe in den Club, die Fünfe in den Club, die Fünfe in den Club, die Fünfe, 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 Fünfe in den Club. Früher, Sotan, ticke das Koks aus Vietnam, hm, dein *** Mann. Schau uns wissen, wer der Babu ist. Komm mal her, kriegst du Träcke, geh in die Frisse und will den Babu friss. Ich habe die Fünfe. Ich habe die Fünfe. Ready? Was? 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 Was?